Du brauchst noch nie, klar! Was ist denn denn? Ja, geht schon. Wir haben ja noch gar nicht die Zeit, das dauert ja noch 10 Minuten. Saui! Saui! Wie viel Zeit ist noch? Weiß ich nicht. Was kriegst du denn damit? Mal schicken. So, du kannst. Hopp, zurück. Ja! Jetzt sind wir noch Klau-Klau-Klau-Klau-Klau. Es gibt noch keine Rädergärchen. Wie ist das denn?